Bill Gates hielt es für unmöglich. Der Daimler Trucks Vorstand Martin Daum sagte dazu folgendes. Wenn Tesla sein Versprechen wirklich einlöst, werden wir natürlich zwei LKWs kaufen. Einen zum Auseinandernehmen und einen zum Testen. Denn wenn es tatsächlich eintritt, dann ist etwas an uns vorbeigegangen. Bis auf Weiteres gelten aber dieselben physikalischen Gesetze in Deutschland und Kalifornien. Es geht um den Tesla Semi und seine enorme Reichweite von 500 Meilen, was ca. 800 Kilometern entspricht. Davon können deutsche und europäische Hersteller aktuell nur träumen. Die meisten elektrischen LKWs, die ich bisher gesehen habe, fahren nicht weiter als 200-300 Kilometer mit einer Akkuladung. Für eine kürzere Fahrt sicher ausreichend, aber für weite Strecken ausgeschlossen. Heute zeige ich dir die echten Testergebnisse, die PepsiCo von ihren 21 Semi's veröffentlicht hat und wie sich diese zur Konkurrenz unterscheiden. Ich war absolut schockiert, aber siehe selbst. Werde Abonnent meines Kanals, für noch mehr wissenswerte Videos. Es würde mir sehr helfen, meinen nächsten Meilenstein von 1000 Abonnenten zu erreichen. Moin, Mahlzeit, nabend, wann auch immer du das Video schaust. Ich bin Rappi von CyberGigaFactory. Los geht's! Tesla Semi, die Grundlagen Einige von euch werden sicher die Daten der Enthüllung von 2017 kennen. Aber für alle anderen, die sich nicht daran erinnern können, fasse ich die wichtigsten noch einmal kurz zusammen. Es wird zwei Versionen des Tesla Semi's geben. Eine mit 480 und eine zweite mit 800 Kilometern Reichweite. Die Beschleunigung auf 100 kmh soll ohne Anhänger in 5 Sekunden erfolgen. Zum Vergleich braucht ein Diesel-Lkw dafür mehr als 15. Mit voller Ladung von 40 Tonnen braucht er gerade einmal 20 Sekunden, im Gegensatz von über einer Minute für die Diesel-Alternative. Natürlich ist Beschleunigung bei einem Lkw keine Priorität, aber wer schon mal einem Elefantenrennen auf einer Autobahn im Schwarzwaldball wohnen durfte, würde sich sicher über etwas schnellere Überholvorgänge freuen. Ich spreche aus Erfahrung, besonders auf der A8. Diese Power hilft dem Tesla Semi auch dabei bei einer Steigung von 5%. Er schafft es mit über 100 kmh den Berg hoch, im Gegensatz zu 70 kmh. Der Luftwiderstandskoeffizient ist mit 0,36 besser als bei manchen Pkws und ca. halb so groß wie bei der direkten Konkurrenz. Er besitzt drei Elektromotoren, von denen einer für Highway-Geschwindigkeiten und die anderen beiden für Beschleunigung konzipiert sind. Wenn der Lkw dann die Geschwindigkeit erreicht hat, werden zwei der Motoren mechanisch abgekoppelt, um Schleppverluste zu vermeiden. Dadurch ist die Effizienz besonders hoch. In der Fahrerkabine sieht es Tesla-typisch minimalistisch aus. Der Fahrer sitzt zentral in der Kabine, und die bekannten Bildschirme der Pkws sind gleich zwei Mal rechts und links daneben positioniert. Rückspiegel gibt es nicht. Die Repeater-Kameras an den Seiten werden auf dem äußeren Drittel der Bildschirme dauerhaft angezeigt. Wie alle anderen Teslas hat auch der Semi einen Frunk, in den der Fahrer wichtige Utensilien unterbringen und verschließen kann. Die Ladegeschwindigkeit war noch nicht wirklich bekannt, aber es wurde davon gesprochen, dass 640 Kilometer in 30 Minuten nachgeladen werden können. Dafür will Tesla sogenannte Mega-Charger aufbauen. Zuerst bei Logistik-Unternehmen und später auch auf stärker befahrenen Routen. Und natürlich sollten alle bekannten Sicherheits-Features aus den Autos enthalten sein. Bis hin zu Enhanced Autopilot und Full-Safe-Driving. Falls du mehr über dieses Feature sehen möchtest, findest du mein Video dazu in der Infocard oben rechts. Sehen wir mal, welche Versprechen Tesla halten konnte und welche nicht. Die realen Werte bei PepsiCo Vor wenigen Wochen, am 2. August, kam ein Nachrichtenbeitrag von runonless.com, bei dem einige Mitarbeiter von PepsiCo zum Tesla Semi interviewt wurden. Die Semi-Flotte ist sehr hilfreich für die Einrichtung in Sacramento, Kalifornien. Das sind die ersten realen Daten zum neuesten Produkt Teslas. PepsiCo war der erste Kunde für dieses Produkt und es war ein langer und harter Weg. Am 22. Dezember 2022 war es endlich soweit. Beim Tesla Semi-Delivery Event wurden die ersten Trucks an PepsiCo übergeben. Seitdem hat sich die Flotte auf 21 Trucks erweitert. Es stellte sich heraus, dass die Semis perfekt für das Depot in Sacramento passen, da die meisten Routen kürzer als 160 Kilometer sind. Dies ermöglicht es, den Tesla Semi im Grunde rund um die Uhr zu laufen. Das Unternehmen gibt an, dass das Aufladen an ihren Mega-Chargern oder an einer der vielen Tesla-Stationen entlang der normalen Lieferstrecken maximal 25 bis 30 Minuten dauert, um ein Fahrzeug von 10 auf 95 Prozent zu laden. Dies würde den Fahrern auch eine gute Gelegenheit zur Pause geben, was vielen Branchenmitarbeitern bei dieselbetriebenen Lastwagen oft nicht vergönnt ist. Für die drei Trucks, die für längere Strecken von 400 bis 720 Kilometer reserviert sind, berichtet PepsiCo, dass das regenerative Bremssystem die Reichweite der Lastwagen signifikant erhöht. Regeneratives Bremsen lädt die Batterien des Fahrzeugs auf, indem kinetische Energie von den Rädern in dem Moment umgewandelt wird, in dem das Fahrzeug rollt und durch den magnetischen Widerstand in den drei Motoren verlangsamt wird. Ein Elektromotor und ein Elektrogenerator sind im Grunde genommen dasselbe. Es kommt nur darauf an, in welche Richtung die Energie fließt. Dies basiert zum Beispiel auf Strecken wie durch den Donnerpass zwischen Sacramento und Nevada. Die Lastwagen gewinnen tatsächlich auf dem Rückweg Energie. Neben dem einfachen Aufladen, den meist lokalen Fahrten, der Zugänglichkeit von Ladestationen und dem regenerativen Bremsen, gibt PepsiCo an, dass sie es geschafft haben, durchschnittlich 1,1 Kilowattstunden pro Kilometer für die Tesla Semi-Flotte zu verbrauchen, was einer unglaublichen Effizienz entspricht. Ein großer Teil davon stammt vom Ladesystem des Sacramento Logistikdepots. PepsiCo entschied sich dafür, ihr eigenes System zu installieren, als sie ihre Trucks in Empfang nahm, da sie dadurch eine bessere Kontrolle darüber hatten, woher die Energie kommt. Die Einrichtung wird fast ausschließlich von Solarenergie gespeist, aber obwohl dies ausreicht, um den täglichen Ladebedarf ihrer elektrischen Gabelstapler und kleinerer Lieferwagen zu decken, musste das Unternehmen sich an das örtliche Umspannwerk anschließen, um zusätzliche 3 Megawatt Kapazität für die Einrichtung zu erhalten. Und obwohl das sicherlich nicht ideal ist, ermöglichte es PepsiCo, ihre eigenen Ladegeräte zu betreiben und von Flottenpreisen für den Energieverbrauch sowie von staatlichen Subventionen zu profitieren. Insgesamt ist das ein großer Gewinn für das Unternehmen. Lokale Manager berichten, dass die nächsten Einrichtungen dieser Art zusätzliche erneuerbare Energieerzeuger haben werden, um eine noch höhere Autarkie zu erreichen. Die Fahrer und Fahrerinnen sind auch begeistert von ihren Semi's. Wir haben bereits über die Laderade gesprochen, die großartige Gelegenheiten für dringend benötigte Pausezeiten für die Fahrer bietet. Aber sie berichteten auch von einem besseren Wendekreis als einige Autos und einer ruhigeren, geschmeidigeren Fahrt. Das Design des Innenraums ist berichten zufolge ebenfalls ein großer Vorteil. Abgesehen davon, dass er komfortabel ist, ermöglicht die zentrale Position des Fahrersitzes ein einfaches und übersichtliches Fahrerlebnis. Die vielen Informationsanzeigen im Inneren der herkömmlichen LKWs wurden durch Bildschirme und Touchscreens weitestgehend ersetzt. Eine Fahrerin hatte anfangs einige Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden, aber sie konnte sich schnell mit der Anordnung vertraut machen und fand das Fahrzeug viel einfacher zu bedienen. Innerhalb einer halben Stunde fühlte ich mich wohl. Wenn Sie wissen, wie man ein Smartphone benutzt, können Sie problemlos einen dieser Lastwagen bedienen, sagte PepsiCo-Fahrerin Casey Theon. All diese Daten tragen dazu bei, dass das Unternehmen planen, mehr in ihre Infrastruktur für den Wechsel zu elektrischen LKWs zu investieren. Pepsicos langfristige Pläne sehen vor, ihre Emissionen bis 2030 um 75% und bis 2040 um 100% zu reduzieren. In Sacramento sind sie jedoch erfreut zu berichten, dass die Einrichtung bereits zu 50% elektrisch ist, nachdem die Tesla Semais hinzugefügt wurden. Was wir hier wirklich sehen, ist ein großes Unternehmen mit einem großen Anteil an der Transportbranche, das eine neue Art von Lastwagen testet und feststellt, dass sie ungeachtet der anfänglichen Kosten enorme Vorteile bieten. Dieses Video von PepsiCo wird wahrscheinlich einen wichtigen Anstoß bei anderen großen Unternehmen einleiten, die zuvor nicht von der Nützlichkeit dieser elektrischen LKWs überzeugt waren. Was sage ich dazu? Meiner Meinung nach scheint der erste offizielle Kunde des Tesla Semis sehr zufrieden damit zu sein. Die Performance scheint gut. Die Fahrer und Fahrerinnen lieben ihre neuen elektrischen LKWs, wegen ihrer Einfachheit und Bequemlichkeit. Die Ladezeiten sind besser als von vielen erwartet. Da es keine genauen Zahlen gibt, versuche ich mich daran anzunähern. Eine kurze Rechnung. 720 Kilometer mal 1,1 Kilowattstunden ergibt 792 Kilowattstunden. Mit Puffer und Restreichweite würde ich 850 Kilowattstunden für den Akku annehmen. Die Ladezeit wurde von 10 auf 95 Prozent mit 25 bis 30 Minuten angegeben. Das heißt 85 Prozent von 850 Kilowattstunden sind 723 Kilowattstunden. Wenn der Megacharger wirklich 723 Kilowattstunden in 30 Minuten liefert, würde das einer durchschnittlichen Leistung von über 1,4 Megawatt entsprechen. Das passt nicht mit den Aussagen überein, dass die Megacharger nur bis zu 750 Kilowatt abgeben können. Abgesehen davon wäre der Name ja Unsinn, wenn nicht mindestens 1 Megawatt geliefert wird. Möglicherweise nutzen sie eine ähnliche Technik wie bei den ersten Superchargern, wo sich zwei benachbarte Säulen die Leistung teilen, wenn beide genutzt werden. Aber hier sind die Informationen noch nicht klar genug, um eine sichere Aussage treffen zu können. Nichtsdestotrotz denke ich, es ist ein voller Erfolg und wird für viele andere Logistikfirmen der Anstoß sein, auch mindestens ein paar wenige zu Testzwecken zu bestellen. Aber sicher werden sie noch sehr lange darauf warten, wenn sie jetzt erst bestellen. Es gibt noch genügend wartende Kunden, die direkt bei seiner Vorstellung bestellt und ihn bisher nicht erhalten haben. Und zusätzlich scheint die Produktion nur sehr langsam hochzufahren. Wahrscheinlich wegen der gewaltigen Menge an Batterien, die dieser LKW benötigt. Anstatt eines solchen LKWs könnte Tesla auch 14 Model Y Standard Range verkaufen und sicher einen größeren Profit damit generieren. Allerdings spart ein geschäftlich genutzter Elektro LKW mehr CO2 ein als 14 selten gefahrene PKWs. Wenn diese dann als Robotaxis unterwegs sind, könnte sich das umkehren. Ich verlinke dir dazu noch mein anderes Video über Full Self Driving oben rechts in der Infocard. Die Konkurrenz Wenn wir jetzt schon die realen Daten für den Tesla Semi haben, müssen wir diese natürlich auch mit der Konkurrenz vergleichen. Aber ich sage dir gleich, ich war ziemlich schockiert über das Ergebnis und habe deshalb mehrmals die Zahlen überprüft und neu berechnet. Falls sich doch ein Fehler eingeschlichen hat, schreib es mir bitte gerne in die Kommentare. Erst einmal danke an CleanAward für die Inspiration. Ich habe seine Zahlen mit ein paar europäischen Herstellern ergänzt und natürlich in europäische Einheiten umgerechnet. Welche LKW vergleichen wir jetzt? Natürlich nehme ich den Tesla Semi als Vergleich für alle anderen. Aber zusätzlich habe ich mir den Nikola 3 Beth, den Freightliner eCascadia, den Volvo VNR Electric, den BYD 8TT und natürlich den Mercedes eAktros 300 angesehen. Schauen wir uns an, wie die Konkurrenz sich schlägt. Im Vergleich zur kleineren Version des Semi ist der Nikola und der Volvo auf einem vergleichbaren Reichweitenlevel. Der Rest ist mit teilweise weit unter 300 Kilometern weit abgeschlagen, wobei ich bei der Recherche von einem eAktros 600 gelesen habe, der die doppelte Batteriekapazität haben soll. Da dieser aber bisher noch nicht ausgeliefert wurde, muss der Vergleich mit ihm bis zum nächsten Video dieser Art warten. Die Konkurrenz hat sich wohl eher auf Kurzstrecken fokussiert und das sehen wir gleich bei der Ladeleistung ganz besonders. Schauen wir uns aber zuerst die Effizienz an. Ich habe die Tabelle der Effizienz nach sortiert. Im Video von PepsiCo wurde von durchschnittlich 1,7 Kilowattstunde pro Meile gesprochen. Das entspricht 1,06 Kilowattstunden pro Kilometer. Man sieht deutlich, dass die Konkurrenz ähnlich wie bei den PKWs einen signifikanten Effizienznachteil hat. Mindestens 17 Prozent mehr verbraucht der eCascadia. Aber der BYD verbraucht laut meinen Daten über 66 Prozent mehr als der Semi. Da es im Logistik-Business auf jeden Cent ankommt, wird das sicher viele Firmen überzeugen, mindestens einen Semi zu bestellen. Das sind schon relativ große Unterschiede, oder? Aber der absolute Hammer wartet auf uns im nächsten Bild, wenn wir über die Nachladegeschwindigkeit reden. Schau dir diese Zahlen an und finde den Fehler. Ich lasse dir ein paar Sekunden Zeit dafür, aber du kannst natürlich auch pausieren. In Spalte 3 sieht man das große Problem. Keiner der Konkurrenten hat eine Ladegeschwindigkeit gewählt, die die eines PKWs übersteigen. Der eCascadia ist unter der Konkurrenz der schnellste. Und das mit der Ladegeschwindigkeit eines Porsche Taycan. Ich frage mich ganz ehrlich, welcher Ingenieur hat das entschieden? Sind die sich alle so sicher, dass Wasserstoff der Zaubertrank sein wird, um Gallien zu verteidigen? Kleiner Asterix-Scherz. Also die Ladegeschwindigkeit des Semi ist mit größer 1 Megawattstunde angegeben. Aber die realen Werte von PepsiCo zeigen sogar eher bis zu 1,5 Megawatt. Das heißt, er lädt in der Spitze mit mehr als dem 6-fachen der Konkurrenz. Das ist einfach unglaublich. Findest du nicht auch? Die Ladezeiten sind natürlich bei jedem Hersteller anders angegeben. Daher habe ich mich darauf bezogen, wie viel Prozent in einer bestimmten Zeit geladen wird und das auf eine Minute runtergerechnet. Und hier sehen wir das Ausmaß dieses Ladegeschwindigkeitsunterschieds. Der BYD ist das abgeschlagene Schlusslicht mit 1,52 Kilometern pro Minute. Aber bei ihm wird auch die komplette Ladung angegeben. Und wir wissen ja, dass die letzten 20 Prozent einer Akkuladung beinahe so lange dauern wie die ersten 80. Daher könnte der Wert besser sein, wenn man auch hier nur bis 80 Prozent rechnet. Der Rest liegt mit 2,2 Kilometern pro Minute für den Mercedes bis hin zu 3,9 Kilometern pro Minute für den Volvo auf einem einigermaßen vergleichbaren Level. Und dann kommt der Tesla Semi. Der mit seinen 23 bis 27 Kilometern pro Minute zum Teil 10 Mal schneller lädt. Als ich das zum ersten Mal realisiert habe, habe ich sofort nachgerechnet, weil das eindeutig nach einem Rechenfehler aussah. Aber ich kam wieder auf die gleichen Werte. Und nachdem ich mir sicher war, dass die Berechnung richtig war, habe ich Gründe dafür gesucht und gefunden. Zwei davon sind ganz besonders hervorzuheben. Durch den unglaublich großen Akku kann auch eine viel größere Ladegeschwindigkeit erreicht werden. Das hilft nicht nur beim Nachladen am Megacharger, sondern besonders bei der Rekuperation. Die spielt dann auch dem zweiten Punkt zu, nämlich der Effizienz. Durch die höhere Rekuperation, der mechanisch abkoppelnden Achse und dem überragenden Luftwiderstandskoeffizienten ist seine Effizienz gravierend besser. Und so wie bei ihren PKWs kommt es nicht nur auf die Ladeleistung an, sondern besonders auf die Effizienz, wie diese geladenen Kilowattstunden genutzt werden. Und die ist bei Tesla mindestens unter den Top 3. Was sagst du über diesen Vergleich? Konntest du einen Rechenfehler finden? Ganz ehrlich? Schreib gerne einen Kommentar, es würde mich sehr interessieren. Tesla Semi bald in Deutschland? Werden wir den Tesla Semi jemals auf europäischen oder gar deutschen Straßen fahren sehen? Diese Frage habe ich mich schon mehrere Male gegenübergestellt gesehen. Hier gibt es sicher bessere Ansprechpartner als mich, aber ich versuche die Informationen wiederzugeben, die ich darüber gehört und gelesen habe. In Amerika sind große LKWs mit langen Schnauzen Normalität. Die flachen und kurzen Zugmaschinen aus Europa sieht man dort eher selten. Diese wurden speziell für europäische Straßen entwickelt, damit man möglichst große Anhänger nutzen und trotzdem innerhalb der Längenbegrenzung bleiben kann. Unsere Straßen sind nun mal enger. In Amerika gibt es natürlich andere Regeln und die Straßen sind sehr viel breiter und können so von größeren Zugmaschinen befahren werden. Mehrere Kommentatoren haben mir mitgeteilt, dass der Semi in seiner aktuellen Form nicht nach Deutschland kommen wird. Unsere Anhänger sind Standardmaß und passen genau mit den europäischen Bauformen noch in die Längenbegrenzung. Aber es gibt bereits Ideen, diese Begrenzungen etwas aufzulockern für elektrische LKWs wegen des dadurch verbesserten Luftwiderstandes. Das ist natürlich nicht sicher, aber die Hoffnung bleibt, dass wir irgendwann Tesla Semi auf unseren Straßen sehen könnten. Ganz abgesehen davon könnte zum Beispiel Tesla eigene Anhänger zum Pkw-Transport entwickeln und bauen, um dann innerhalb der erlaubten Größe zu bleiben. Soweit ich verstanden habe, haben sie in anderen Ländern auch schon ganze Logistikunternehmen so gut wie übernommen, damit diese ausschließlich für sie liefern. Warum dann auch nicht in Deutschland mit angepassten Anhängern? Vielleicht sogar mit Akkus, die die Gesamtreichweite noch vergrößern? Nicht jede Ladung hat das Maximalgewicht. Wer weiß, das sind natürlich alles Spekulationen und Hoffnungen meinerseits. Ich finde, er sieht einfach so viel cooler aus als jeder andere LKW, den ich bisher in Europa gesehen habe. Und manchmal träume ich sogar davon, wie ein Tesla Semi vor meinem Haus vorfährt und mein Model Y in Quicksilver Metallic ausliefert. Das wäre so schön. Ich bedanke mich schon jetzt bei euch allen, die diese Branche sehr viel besser kennen als ich und mir in den Kommentaren schreiben, wo ich falsch lag, richtig lag oder einfach, wie euch das Video gefallen hat. Damit bin ich am Ende meines Videos angekommen. Ich hoffe, du konntest etwas Neues lernen. Wie hat es dir gefallen? Schreib mir gerne einen Kommentar. Was denkst du über elektrische LKWs? Haben sie eine Zukunft auf unseren Straßen oder brauchen wir weiterhin stinkende und laute Diesel-LKWs? Über ein Like und Abo würde ich mich sehr freuen. Es ist für dich völlig kostenlos, aber nie umsonst. Und folge mir gern auf Twitter für noch mehr interessante News. Falls du mich direkt unterstützen möchtest, schau doch mal in meinem Merch-Store vorbei. Da sind ein paar richtig geile Designs dabei. Link in der Beschreibung. Vielleicht interessieren dich auch meine anderen Videos. Vielen Dank für deine kostbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Dein Rappi von CyberGigaFactory.